Verschneite Spitze Das hast du wieder schön gesagt Guck mal Dreht eure Körper um die Schraube zu drehen Können wir den hier vielleicht irgendwie Guck mal Dann halt nicht Was denn? Ey ich komme nicht mehr weiter Du ziehst mich immer weiter rein Ja ich denke mal wir müssen da hinten irgendwas machen Na hier ne Ja die Schraube sollen wir drehen Aber die kann ich nicht drehen Wenn du mich mit dem Band hier immer irgendwo festhältst So ich habe Bein und du? Ja ich kriege gerade nicht hin Das ist doch scheiße Dann kann ich ja gar nicht mehr vorlaufen Ja wir sind mit dem Band verbunden Schatz Ja das ist ja schön Das ist ja okay Aber dann kann ich nicht mehr vorlaufen Ja du willst Oh 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 Aua Ich weiß Du willst mir immer flüchten Warte mal da müssen wir was Endlich seid ihr da Heiliges Zweibein Ihr habt das See Die Verbindungskraft Benutzt die Kraft Dann könnt ihr diesen Schalter betätigen Achso mit dem Band soll man das machen oder wie Hast du schön gemacht Das stöhnen? Mhm Oh warte mal Warte mal Warte mal Ähm ne Bleib du doch oben Sonst geht das nicht oder? Greifen Oder muss man das Nee das muss man ja schon zusammen machen Ja ich muss jetzt auch wieder da hochkommen Aber irgendwas ist da Warte mal Hä? Aber das geht ja nicht weiter Warte mal Können wir gucken Wenn du hochkommst Ich hänge Frage ist nur Es war nicht leicht hierher zu kommen Was? Mit der Kraft könnt ihr auch zwischen den Schwerkraftfeldern schwingen Herausforderung annehmen Nein Ähm ok Also ich bleib oben Warte mal Eins oder das Kann ich wieder nicht lesen Weil das haben sie wieder abgeschnitten Ja So jetzt musst du Ja was muss ich machen? Ich konnte es ja nicht lesen Äh du musst runterspringen einfach nur Schwing mit dem Stick runter Und dann schwingst du zu einer anderen Plattform Ah ok Nein Ja du kannst runterspringen einfach Achso 100% Wunderbar Wunderbar Guck mal hier Stehmann Ich brauch mal da die Möhren für Nee dem kannst du die Möhre klauen Guck mal ich hab die Möhre abgemacht Hä da war doch gar keine dran Doch so eine kleine Was ist das hier? Ja das wiegt da so dumm rum Oh Hallo Uh Hi Okay Wie nein da müssen wir doch hin Ja ist ja gut Oha Bleib weg von mir Ich weiß nicht wo die Irgendwelche Münzen sind Wo die ganzen fehlenden Münzen sind Sag mal Hau mich doch nicht immer Mach ich nicht Ich streichel dich Merke ich aber nix von Dass das streicheln sein soll Oben links ist ein Stern Das ist Doch das ist Das ist Roboterstre- Ja aber sollen wir nochmal hin Kommen wir dahin Ja Kommen wir dahin Warte mal Warte mal Ich glaub hier kommen wir hoch Oder Ne da hinten kommst du hoch Hier rum Doch komm ich Ja ja Greif es schon Und den Stern will ich Äh äh ich hänge Ich hänge Ich hänge Gut Das hast du gut gemacht Dass ich das überhaupt hinbekommen habe Ah ich bleib rechts Ne andersrum Achso Dann muss einer Warte mal Warte Ich habe jetzt nur ein einziges Katzenöhrchen gehabt Beziehungsweise das habe ich immer noch Achso Boah ist das hingekommen Es liegt mir auf der Zunge Hm Warte mal hier was Oh komm 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 Schnell Wir müssen Okay Oh schaffen wir nie mal Oh Achtung Gefahrimpferzug Tschüss Uah Was ist das denn für eine Achso ich dachte jetzt ein zeitlicher Okay Schwingst du nicht oder Ja komm ich schwimmen Du sollst nicht schwimmen Du sollst schwingen Da unten ist ein Stern Nein Ich komme nicht mehr hoch da Warte mal Aber man kann auch Warte 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 Schwingen wir nicht Ja Genau du musst rum gehen Ja Da kann ich Ja ne das Ne ne der ist auf der anderen Seite Aber da ist ein Ball Oder sowas oben Vielleicht kriegen wir den so Ja Ja geh mal hoch Geh mal hoch Zieh mich mal mit Achso ja Achso doch wir kommen wieder hoch Ne aber ich weiß von wo Aber da oben ist ein Ball Kommen wir nochmal da hin Ne komm mal mit Komm mal mit Ja Du musst noch tiefer gehen Ja ne Jetzt muss gedreht werden Warte mal Komm dreh Hallo Dreh 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 Ja nach links kann ich nicht drehen Nach rechts kann ich nicht drehen Was soll das Hast du Drehprobleme Da war's Ne Doch das war fast Ja aber er will nicht Dass ich da hin drehe Das ist es ja Was Was Ist das eine Scheiße Ich glaub die muss so bleiben Kann das sein dass ich jetzt runterspringen muss Und Ja ich glaub die muss Jetzt hat sich die Die Dings verändert Perspektive Ne da komm ich aber nicht hin Kannst du das noch weiter rausdrehen Das Ding Ja Genau Ja aber das war doch jetzt gerade Ja ich hab's Oh das ist eine Scheiße Kannst du wieder reindrehen Ja genau Dreh mich rum Das funktioniert dann wieder Weißt du aber das rausdrehen Das ist voll hakelig Hey Oh scheiße Ich wollte nicht so schnell hoch Wir müssen aber glaube ich rechts hoch Damit wir überhaupt da hoch können Oder Ich glaub wir kommen gar nicht mehr dahin Das Hätten wir vorhin machen Doch schwingen mal Du warst ja gerade dran Ja warte Schwingen ja nicht mich runterwerfen Aber festhalten Zieh mich mal hoch Nein Wow das war knapp Ja Äh hier müssen wir irgendwas Lassen wir mal hin machen Kann das sein dass wir den drehen müssen Achso nee warte zieh mal mit Ach nee da müssen wir genau Okay das ist eine Kugel ja Wir als Indiana Jones begeisterte hätten das eigentlich wissen müssen Eigentlich schon ja Und Tom Pryor Oh Entschuldigung Ich wollte neben dir eigentlich Ähm Warte jetzt Warte man müsste gucken Gehst du oder Ja ich muss ja nach hier Aber warte warte Ja du musst mitkommen Ne ich muss so Ne den anderen nicht Komm So muss es Zieh mal Zieh mal Ja warte Achso müssen wir beide Boah Du hast mich schon voll weggezogen Wir müssen beide gleichzeitig machen Ja ja Aber du musst in die Richtung Und dann muss der noch Darüber Ja genau Komm zieh du mal mit Zieh du mal mit schnell Ziehen Ziehen Ich kann nicht ziehen Ich kann nicht ziehen Es geht nicht Du ziehst mich weg Lass mal ein bisschen Luft für mich Kann ich ja nicht Dann bin ich ja weg Wieso Ach warte Ach warte mal Ne Wir müssen das Die so machen Geh mal in die andere Ja genau Scheiße Ich hänge hier ab Ich hol dich mal hoch Ich bin ja nett Danke Echt nur nett So Zahnräten Achso wir müssen da rüber Irgendwie ne Warte mal da hinten Komm mal hier hin Ne das kannst Vergesst Bleib doch mal stehen Wir kommen doch automatisch Dahin Oh Zieh mich mal hoch Nein Ja Warum rutscht das Ding Warum rutscht du Weil ich es kann Dann geh mal hier drauf Komm Okay ich bin dann mal weg Oh ja Eingeklemmt gleich Da hätte man auch hochgekonnt Irgendwie Da müssen wir nachher hin Ich bin mir nicht sicher In der Mitte sind die Dinger Lass uns die erstmal holen Aber wir kommen ja nicht mehr drauf Hier auf unseren Auf unserer Platte Nein Und da war noch mehr Hier hinten war noch was So jetzt können wir wieder Da müssen wir hin Also müssen wir erstmal wieder warten Oder hier Na Kann sein dass wir da hinten rutschen Lass dich da nicht runterziehen Ne ne Och ne ne Nein Hier hinten Hier muss irgendwas kommen Hä Oh fuck Da müssen wir hin Oh Das war knapp Geht's Hallo Wieso fällt der nicht mehr Also da hinten Gibt es ein Level Aber wir müssen eigentlich Noch mal zu dem anderen Wieder hin Eigentlich wo Rechts war doch immer Ne Hier kommen wir weiter Okay Na gut Und das kann sein Dass wir durch den Schnee Da mit Vollgas Irgendwie fahren müssen Um da so drauf zu springen Was machst du denn Ich spring den Abgrund runter Ja ich merk's Gieß du Hol die Möhre raus Da hast du die Möhre raus geholt Und ich hab ihn umarmt danach Oh Und ich hab ihn geköpft danach Entschuldigung Ja Aua Ne das machst du gerne Du bist ja so drehverrückt Du musst glaube ich anders rumdrehen Du hast es nicht Du hast es nicht in der Hand richtig Oder du Doch ich hab's in der Hand Aber das zeigt mir nicht an In welche Richtung ich das machen soll Also für mich sieht's aus Als wenn du den Punkt Jetzt ja Jetzt hab ich beide Ja aber dann nimmst du nicht immer an Oder hätten wir es zu zweit da drauf Ne das kann ja nicht sein Dass das zu zweit machen muss Och man ey Wir müssen da unten durch Ich geh da durch Aua Nein ich will nicht Ne 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 Ich hänge eine Runde ab hier Ich schwinge ein bisschen das Ding hier rum Achso warte mal Das ist aber glaube ich auch gewollt oder Ja ja wir müssen da runter Ne ich mein dass du nicht runterknallst Aber war wohl doch nicht gewollt Wir mussten wohl doch runter Äh ok schaffen wir das da rum zu kommen Ja Uh Oh Ein Venti Äh Ja du musst hinschalten Ok Achso dann muss ich dich dann Oh Gott ne Nein ich muss erst da hin Ich muss Lass mich erst mal da hin So jetzt musst du mal loslassen Nein greif den Greif den Geh mal da hoch Es geht nicht Warum geht's Hallo Hallo Jetzt Jetzt kannst du nochmal rummachen Achso warte mal Ja ich musste loslassen Sonst hätte das ja nicht geklappt Mach erst mal das runter Ich kann dich ja immer noch Nach oben bringen Ja warte dann geh ich mal runter So Achso dann hinten mit einer Oder ne da kommen wir aber von oben hin Da können wir rüberschwingen oder Theoretisch ja Probier nochmal Hauen wir das Boah es ist eine scheiße Ich meine es ist gut gemacht Aber es ist echt eine scheiße So jetzt versuch du mal Ne ne die muss mich mit rüber holen Ja aber ich dachte Ich dachte Achso das Komm ich ja nicht hier hin So Ich hole das auch mal Achso gut das hättest du jetzt theoretisch alleine machen können Ich dachte da müssen wir jetzt zu zweit drauf drücken oder so Ne ich bin zu blöd dafür Irgendwie krieg ich das irgendwie nicht dahin mit dem Ding an Ne du musst drehen jetzt Andersrum vielleicht Ja Hey Lass die Schrauben in Ruhe So und jetzt probier nochmal Wenn du jetzt noch überspringst Mach mal nach rechts Ja das Problem ist nur Komm ich so Ja ich komm so hoch Du musst gehen Ich komm ja nicht hoch Wieso darf ich nicht laufen Ja kannst du auch Super Sie lässt mich einfach abhängen hier Das ist so wieder typisch Ich werde hängen gelassen Das war jetzt nicht so clever Warte mal Ja Dann geh ich mal lieber Ein Stück nach rechts Oh Komm schnell Komm schnell Komm schnell Das schmilzt Scheiße Ja ich hab nicht loslassen können gerade Oh scheiße Hallo Jetzt sterben wir Warum Ne echt? Also entweder mach Ja mach du mal Okay Ja willst du lieber oben Ich meine ich bin sonst immer oben Deswegen frage ich jetzt Ja Warte auf ich mach So komm schnell Schlimm Komm mach man Uh schnell Nein Nein Er ist getroffen Warum hast du losgelassen? Ja weil das auch kaputt gegangen wäre Außerdem hab nicht ich losgelassen Du hast mich runtergezogen Ja Also das müssen wir schneller machen Geh weg da Geh weg da Jetzt Schneller 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 Oh Pfad Nein Warum ist der Nein Das war ich jetzt nicht Bist du mich verarschen Ja ich bin nicht losgekommen von dieser einen Plattform Der hat mich an die gleiche gemacht wie du warst Was jetzt Achter ist nicht da oben Warte Warte Nein Entschuldigung Das war ich Ja ich hab schon zu früh mich bewegt Sobald du da dran bist Ja ich mach dann nix mehr Darfst du nix mehr machen Also nix mehr bewegen oder so Ja minimal darf man schon aber ich war am Rand unten So Nein was macht der Wieso rutscht der da runter Ja das hab ich ja auch eben gehabt Dass ich runtergerutscht bin Ich denk mal weil er schmilzt Das schmilzt ja das Ding Das wird ja Erhitzt Das wird ja das Eis Wieso wird das erhitzt? Ja es wird doch rot Siehst du das nicht? Das wird jetzt rot Schneller 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 Nein du geh doch hoch Mann was ist das? Och man ey Willst du mich verarschen jetzt hier oder was? Also du musstest auf jeden Fall beim ersten Versuch machen Sonst haben wir keine Zeit mehr weiter zu machen Ich weiß Aber er ist ja nicht weitergegangen Nein nicht du Ich mein wir müssen das beim ersten Versuch machen Weil sonst klappt das nicht Komm schnell Komm schnell Oh komm hoch Mann Nein wo geht's rein? Ey wieso hat der den nicht gegriffen? Der ist direkt da drüber Hast du das gesehen? Ja du warst drauf und dann bist du runter Also das war scheiße Ja aber der hat sich nicht festgehalten Der ist einfach nur da rumgependelt irgendwie Boah Sag mal Ach komm ey Genau das ist Da können wir ja nochmal pendeln Das ist nicht das Problem Ja was macht der denn nie Aber was Geh mal ein Stück zurück Du bist glaube ich zu nah dran irgendwie Ja wir waren immer so bisher Warte mal Ich kenne den nochmal Boah Jetzt 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 Bleib stehen Bleib stehen Blödes Vieh Boah Boah Tricky Ich will auch mit Nee Ich lass dich hier Scheiße Boah Sie will mich da lassen Halt dich fest Halt dich fest Oh Nö Wollst du oder soll ich? Ja ich geh Aber es geht um Bis der nach oben geht logischerweise Ach der geht nicht mehr Ja Oh nein Das ist auch Oh nee Das ist nicht dein Ernst Wir brauchen ein anderes Das ist nicht dein Ernst Sind die bekloppt oder was? Komm mal hoch Kannst du da hoch? Nee Nee Warte mal Wir müssen das Timing haben Wenn der hoch geht Ja aber so kriegst du das nicht Wenn du nicht Siehst du jetzt kommst ja nicht hoch Nee jetzt kannst du vergessen Jetzt kommst du nicht mehr hoch Muss schon beim ersten Schwung Dann direkt hoch kommen Jetzt 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 Schnell Ja jetzt weiter Oh du gehst nicht da hoch Nein Nein Warum blattst du da hier nicht hin? Vor allem müssen wir da dann auch direkt wieder hoch Hast du mitbekommen? Ja Hab ich gesehen Aber ich bin ja Das ist ja auch wieder rot gewesen Nein Ja weil das Ding Ich muss da einen Moment warten Bei dem letzten Verstehst du? Ja aber du musst schwingen Das ist das Problem So spät Und hoch 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 Oh Ich dachte die gehen jetzt alle kaputt Scheiß Ja nee 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 Das hab ich gesehen Die gehen nicht Oh Aber es war schon tricky Aber es macht wir da ohne Irgendwie doch Irgendwo Es macht ihn kaputt Echt? Ja wir haben ja keine noch Von daher Noch Was? Noch Ich kann das ja nicht kaputt machen Äh Achso Es wäre gut wenn du drauf drückst Ja will ich ja Ich hab mich herangetakt So kann man das natürlich auch Neh? Der Schneide Spitze Ja Boah 94% Wir hatten vorher 56% Das ist schon eine Leistung Aber auch die Zeit ist nur doppelt so lange Äh Wie man haben sollte Deswegen Ist das auf jeden Fall schon okay Das stimmt Das stimmt